Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Freitag, dem 30. April 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 999. Heute mit den folgenden Themen. Bike Tirol, Lieferengpässe, Quartalszahlen, AirTags, Facebook Memo, EA Glue und Stadia. Ich beginne gleich mit Bike Tirol. Die App wurde mir heute vom lieben Hörer, dem Christian Panzer, zugestellt. Der hat das nämlich schon entdeckt. Die App geht offiziell ab dem 1. Mai online, das heisst ab morgen. Und damit möchte man ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Ein Kombi-Angebot zwischen Bahn und Bike. E-Bike und Normalbike ist da mit dabei. Das heisst, ihr öffnet die App, sucht euch einen Zug raus, der nach, keine Ahnung, Kufstein, gibt es überhaupt, ich glaube, es liegt in Österreich, behaupte ich jetzt mal, ganz schwer, fährt. Und da mietet ihr euch dann ein E-Bike oder ein Bike, je nachdem, was ihr lieber habt. Und bezahlt das Ganze, geht da in den Zug, steigt aus, packt das Smartphone aus, scannt den QR-Code und könnt dann das Fahrrad für einen Tag oder so wie ihr es gemietet habt, nutzen. Finde ich spannend. Solche Angebote sind sowieso interessant. Ähnliches gibt es auch bei uns in der Schweiz. Und genau sowas möchte ich auch bei uns sehen. Also, liebe SBB und all die anderen Bahnen, die wir hier in der Schweiz haben, Wie wäre es damit? Oder gibt es schon was und ich habe es verpasst? Her damit. Weiter geht es mit Apple. Und die haben an der Quartalszahl-Konferenz, die gestern nach der Daily-Aufnahme stattgefunden hat, unter anderem rausgehauen, also da hat Tim Cook erzählt, dass er im dritten Quartal dieses Jahres auch rechnet, dass sogar Apple mit Lieferproblemen zu kämpfen hat. Nicht mit den 5-Nanometer-Chips, die sie fertigen, die sie selber fertigen, sondern mit den Produkten, die ausserhalb kommen, von Zulieferern etc. Da sagt er, könnte es sein, dass es auch zu Lieferengpässen kommt und das könnte sich dann auf die Quartalszahlen gegen Ende Jahr auswirken. Wir dürfen es mal sehen. Apple war ja bis jetzt von Quartal zu Quartal auf Rekordjagd. Und auch jetzt wieder, was haben sie, 54? Ich komme gleich noch ein bisschen auf die Zahlen, denn es gibt ein paar Zahlen zum Bereich Apple-Services. Natürlich interessieren viele von euch auch iPhone- und Mac-Zahlen etc. Die könnt ihr euch in diesem Internet aber gerne nachlesen. Ich möchte ein bisschen auf die Apple-Services eingehen. Da, wo unter anderem auch Apple TV, Apple Music drin ist, Leider nicht aufgeschlüsselt, aber immerhin, man sieht, es gibt ein richtiges Wachstum. Insgesamt nämlich 27% auf 600 Millionen verwaltete Abos. Da gehört von iCloud eben über die genannten anderen alles Mögliche dazu. Im Vergleich zum letzten Quartal sind das 54% gestiegen und im Vergleich zum Vorjahr sind es sogar 100%. Also das haben wir damals schon gesagt. Apple steigt und steigt und eben vor allem in dem Bereich wird das Ganze noch explodieren. Und ich glaube, das war erst ein Anfang von dem Ganzen. Denn mittlerweile gibt es so viele Fernseher und alles Mögliche auch schon mit Apple TV drauf etc. Und bald kommt das Podcasting noch mit da rein. Dann die AirTags. Wer sich so eines bestellt hat, die ersten Bestellbestätigungen oder Versandbestätigungen gingen raus. Zum Beispiel unser Mike vom Geek Talk, dem Mutterformat dieses Podcasts. Der bekommt seine auch schon am Morgen, Freitag, heute, genau. Und der Achim hat seine Ankündigung für den kommenden Mittwoch oder Dienstag bekommen. Also das scheint zu laufen. Da dürfen wir mal gespannt sein, wie dann die Tests ausfallen. Wir werden sicherlich in der News-Folge im Geek Talk in der nächsten Woche ein bisschen was dazu erzählen können. Dann gibt es ein geleaktes Menü, Menü, genau. Ein geleaktes Memo von Facebook. Die haben sich nämlich intern über iOS 14.5 unterhalten. Doch nicht nur intern, auch auf der Quartalskonferenz haben sie natürlich darüber gesprochen. Jetzt sind sie schon ein bisschen ruhiger geworden und meinen, es könnte kleine Schwankungen geben und ein bisschen einen Einbruch, eventuell Schwankungen in den Umsatzzahlen. Ich bin mal gespannt, wie stark sich das auswirkt. Und an euch, liebe HörerInnen, wenn ihr ein iOS-Device habt, schaut euch unbedingt bei jeder App an, ob die euch auch ausserhalb dieser App noch tracken dürfen. Das solltet ihr deaktivieren. Ausser ihr steht drauf. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Weiter geht es mit Glue Mobile. Das ist ein Gaming-Entwickler, der sich vor allem auf mobile Games spezialisiert hat und da auch schon einige Titel rausgeschmissen hat. Und dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfallen, aber ich habe so etwas Dunkles im Kopf. Genau die haben jetzt eine Übernahme, sind einer Übernahme untergekommen. Mein Gott, Deutsch wieder mal. EA hat sich nämlich das Unternehmen gekauft für 2,1 Milliarden US-Dollar. Das scheint ein guter Deal gewesen zu sein. Und EA selber rechnet damit, dass schon im ersten Jahr sich das Ganze positiv auf ihre Umsatzzahlen auswirkt. Also ich gehe mal stark davon aus, dass die 2,1 Milliarden dann schon wieder reingeholt haben. Das Glue-Team unterstützt das bestehende Mobile-EA-Gaming-Team. Und das wird sicherlich heissen, dass in nächster Zukunft von EA auch mehr mobile Spiele rauskommen. Also für Android und iOS. Google Stadia, der Gaming-Dienst von Google, gibt es ja auch noch. Und dazu gibt es auch Neuigkeiten. Nämlich überarbeitet Google ständig seine eigene Software, seine eigene App. Da kommt vor allem im Bereich der Suche ein paar neue Funktionen. Man kann zum Beispiel sortieren nach Gekauften, nach Kostenlosen, nach Pro-Titeln etc. Das freut mich extrem, denn da suche ich mich jeweils immer ein bisschen dumm und dämlich. Das klingt zumindest danach, dass es jetzt dann besser sein könnte. Und auch hat man verlauten lassen, dass man in Zukunft bald nur noch über den Browser spielen kann unter Android. Das heisst, man braucht dann die App nicht mehr. Man kann sie noch, aber muss sie nicht. Ich bin ja mal gespannt, wie das funktionieren wird. Und das war es dann auch schon mit den heutigen Themen, wie ich sehe. Genau. Dann bleibt es mir noch, euch einen schönen Freitag zu wünschen. Einen erfolgreichen Freitag. Wenn ihr frei habt, ein schönes Wochenende. Wenn ihr wie ich arbeiten dürft, geniesst es und tut was Fleissiges. Kommt vorwärts. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.